Wow! Hey, was ist denn das? Hä? Wow! Wir nennen es Weckretuschiertag. Du willst natürlich jetzt unbedingt einen eigenen Weckretuschiertag. Kannst du haben. Mach ich dir gerne. So geht's. Ha! Logo! Zuerst schickst du mir Geld. Dann mache ich dir einen Text, ein Theoriegedicht und lege es hier in meinem Blog ab. Du nimmst also meinen Text und du machst also dieses Schriftbild daraus und überträgst ihn dorthin, wo du ihn willst, wie du willst und tralala. Ganz einfach, oder? Okay, jetzt willst du ja aber einen echten Weckretuschiertag. Wirklich ein echter. Das geht so. Also ich habe dir diesen Text reingeschrieben. Senkrechtes Strich meint jetzt bei mir neue Zeile. Wie du das machst, ist mir dann egal. Dann setzt du den Text so um in dieses Schriftbild. Und jetzt musst du ihn aber irgendwo fotografieren und ins Netz legen und tralala. Und dann schickst du mir diesen Link und ich dokumentiere es hier. Zum Beispiel, das könnte jetzt dein Platz sein. Und erst jetzt, erst jetzt, wenn es dort eingetragen ist und gesagt wird, das ist dein Weckretuschiertag, jetzt kannst du sagen, ich habe ein Original. Ein Original. Ein Original. Weg. Retuschiertag. Von SMS. 2 SMS. Hallihallo. Ja, und jetzt gibt es noch einen fünften Punkt. Wie geht der? Ah ja, natürlich. Du bist jetzt natürlich Teil dieser Community und da machen wir ein grosses Fest. Ja, das beschreibe ich hier. So, aber ganz wichtig ist jetzt also, was passiert mit dem Geld? Mit dem Geld, also wenn ein Eingang gemacht wird von dir, wird der hier in einem Dokument aufnotiert. Und dann wird das Geld verteilt. Und zwar wie folgt. 10% von deinem Geld geht an Merzmensch, weil ihr den Hashtag erfunden habt. 10% geht an Charlotte Axelsson, weil sie das mit den Bändern erfunden hat. 10% geht an die Kuration, Meta-Mythos. 60% geht an Return on Investment, Tina Piazzi. Und 10% geht an den armen, privilegierten Künstler. SMS 2 SMS. Ein Ausdruck von natürlich. Meta-Mythos. Alles klar? URL. Schick Geld.